Hallo meine Wolfis zu dem zweiten Video der Reihe von sämtlichen Spielmodus Moody des ConHD.net-Servers. Und jetzt müssen wir gerade mal kurz ruhig sein. Der krebt sich von uns weg. Ja, der krebt sich weg. Ähm, ja, jetzt machen wir MoleCraft. Muss zwischendurch immer mal hören, ob da nicht einer kommt. Ähm, MoleCraft ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, das müsstet ihr eigentlich wissen, denn diese ganzen engen Gänge, die sind so richtig im Arsch. Freeze. Ja, super. In der Zeit können wir mal Slash Dirt eingeben. So, Dirt. Ja, das war richtig. Dann können wir gerade, glaube ich, gleich mal was schnabulieren. Aber eigentlich suchen wir ja gerade Kisten. So. Und ich hätte heute parallel, während wir uns hier durch die Gegend puddeln, noch ein klitzekleines Thema. Und zwar ist ja morgen... Hier ist doch einer. Ähm, morgen ist ja der sechste. Das heißt, da ist Nikolaus. Und ich habe mir überlegt... Ich habe vom lieben Klausi Mausi ein bisschen was zum Verlosen bekommen. Und zwar verlose ich morgen am... Ah! Äh, am sechsten verlose ich insgesamt dreimal... Einmal... Äh, A10 Chests. Von... Für den GOMS Server. Und... Was ihr dafür tun müsst, ist einfach mir ein kleines Gedicht schreiben. In die Kommentare. Und ich, äh, werte das alles dann am Freitag aus. Also bis Freitag habt ihr Zeit. Ihr schreibt mir ein Gedicht in die Kommentare. Und solltet natürlich dann auch ein Abonnent von mir sein. Und... Das schönste Gedicht wird entschieden... Random, würde ich sagen. Also ich mach dann... such mir dann die... keine Ahnung... Zehn schönsten raus. Und von denen wird dann random entschieden, welches es gewonnen hat. Ihr könnt euch aussuchen, ob es ein Heiko ist, ob es ein... wie heißen die Elfchen oder so ist. Oder ein Standard-Gedicht. Das ist euch überlassen. Das müsst ihr selber wissen. Sind wir noch unsichtbar? Wir sind noch unsichtbar. Und, äh... Und? Ah! So. Also das ist komplett euch überlassen. Welche Art von Gedicht. Hauptsache es ist ein Gedicht. Und... Ja, bis Freitag habt ihr Zeit. Abonnent von mir sein. Ich glaube das wäre dann zu dem Teil alles. Meiner Nikolaus-Verlosen, sag ich mal. Äh... Äh... Schreibt bitte euren Twitter-Namen oder euren Foren-Namen mit da rein. Das ist wichtig. Sonst kann ich euch nicht kontaktieren, weil ich das ungern über die YouTube-Pans mache. Außerdem wäre es... Äh... Von Vorteil... Wenn jetzt nicht einer hier um die Ecke stritzeln würde. Da ist doch einer um die Ecke gekommen. Aaaaah! Okay. Ich bin tot. Gehen wir direkt in die nächste Runde rein. Das heißt, äh... Bis gleich in der nächsten Runde. So. Da sind wir wieder. Also. Das nehmen wir jetzt gerade mal eben. Das ist keiner in der Nähe. Das ist perfekt. Also. Nikolaus-Event habe ich erklärt. Hägchen dran. Nächstes. Äh... Ich habe mir überlegt, ich hätte gerne ein Lady-Mod-Cave. Die Sache ist die, dass ich unheimlich schlecht bin da drin... Also da drin bin, mir ein eigenes... Aussehen dazu zu... Zulegen. Und... Ich habe eine Vorstellung, wie ich es gerne hätte. Aber noch keine Idee, wie es letzten Endes wirklich aussehen soll. Autsch. Das war eine Trap-Chest. Das heißt... Ihr könnt mir quasi ein Lady-Mod-Cave designen. Und drauf sein soll... Ein Wolf. Und der Schriftzug Smile-Mod von Roman Edward. Inwiefern genau das zusammengesetzt ist, das ist halt dann euch überlassen. Weil ich nicht genau weiß... Chest Refill, das war aber flott. Weil ich nicht genau weiß, wie ich das aufgebaut haben möchte, ist es euch überlassen. Und... Derjenige, der mir das Design macht, was ich letzten Endes auswähle... Der bekommt von mir... Auch... Einmal 10... Äh... Chests für den Gommus-Server. Und... Ich bin schon wieder tot. Nice! Noch eine Runde, dann erzähle ich weiter. So... Das ist hoffentlich dann jetzt auch die letzte Runde. Also derjenige, der mir dieses... Uncape designt, was ich letzten Endes... Hallo? Okay. Was ich letzten Endes aussuche, der kriegt dann auch einmal 10 Chests für den Gommus-Server. Und... Da gehört dann natürlich auch ein Riesendank an Klaus. Denn Klaus hat mir diese Kisten zur Verfügung gestellt, die ich dann... Verwende. So, dankeschön. Hi! Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung, Jung. Und hoffentlich kommt jetzt keiner hier hin. Das wäre nicht so cool. Okay, der kommt jetzt da lang. Ah! Wieso habe ich mein Schwert nicht ausgewählt? Komm her! Bleib stehen! So... Meine Güte, das war jetzt ein Kampf. So, wir warten mal kurz hier. Okay. Denn... Äh... Mir ist es gerade etwas zu... Ähm... Kritisch. Mit dem bisschen Leben, was wir haben, uns in den Kampf zu werfen. Schadenselbe. Das ist gut, dass wir gerade nicht graben. Okay. Ähm... Ja, was drin sein sollte, ist ein Wolf und das Roman-Edward-Smile-More-Logo. In... Vorwiegend Schwarz. Es können aber auch andere Farben wie Rot und Violett verwendet werden. Aber dann kein knalliges Rot, sondern eher so ein... Blutrot. So ein... Wie so ein Wein halt. So ein richtig schönes Rot. Und ansonsten... Überlasse ich euch mal die Freiheit zu wählen, was noch rein soll. Die... Ähm... Ja, geil. Inventar-Chaos ist genau das, was ich jetzt brauchen kann. Äh... Die Vorlagen können, glaube ich, bei Levi-Mod abgerufen werden. Glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Denn ich bin, was sowas angeht, ziemlich untalentiert. Und hoffe, es sind so einige schöne Sachen dabei, die ich mir dann auf meinen Rücken packen kann. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen besseren Scheiß. Und... So. Trank der Schnelligkeit und... Nicht? Ja, nee, ist klar. So, komm her. So. Wir sollten den nächsten trinken. Und dann trinke ich auch mal den Trank... Äh... Nämlich den Trank der Schnelligkeit. Denn dann... Machen wir hier jetzt den hier. So. Hier ist nix. Dann machen wir das gleich mal in die Richtung. Und gehen wir eben zurück. In der Hoffnung, hier irgendwo eine Kiste zu haben. Aber dem ist nicht so. Wieso sind hier keine Kisten? Das ist doch zum Potzen. Oh, da oben ist eine. Das war jetzt unerwartet. Aber so. Jetzt haben wir das. Jetzt haben wir hier ein bisschen... Das können wir mal runterziehen. Das kann weg. Das kommt wieder hoch. Und dann geht's mal weiter mit Buddeln. Wie viel wir leben noch? Drei Spieler. Ich hab zwei Kids gemacht. What the fuck? Die letzte Runde ist irgendwie immer die längste. Falltür. Ja, haha. Ich stehe auf dem Boden. Das bringt nicht so viel. Ich hab mich grad dran, ne? Wir buddeln uns hier jetzt, würde ich mal sagen, so ein Schacht. Und dann gucken wir mal. Da ist noch eine Kiste. Das ist sehr gut. Die Angel ist jetzt eher so nebensächlich für mich. Zack. Frank der Nachtsicht, dann müssen wir jetzt nicht immer... Maulwurf. Ja genau. Das bin ich. Ich bin ein Maulwurf. Ach, wir haben gar kein Level. Ha, ha, ha. Dann können wir es wieder anziehen. Also der Spielmodus ist eigentlich ganz cool. Das einzige Problem ist, dass wenn man aufnimmt, dass sich das so zieht mit der ganzen Erde. Dieses ganze Graben, das braucht unheimlich viel Zeit. Und so wirklich die spannenden Stellen sind eher selten bis gar nicht vorhanden. Da ist eine Kiste. Da ist ein Helm drin und noch was zu essen. Wisst ihr was? Wir machen jetzt nochmal eben... Zack, zack, zack. Zack, zack. Buster. Da. Zack. Combo-Mode. Ich weiß immer noch nicht, was Combo-Mode heißt. Also was das bringt. Sind wir noch unsichtbar? Wir sind noch... Ja, wir sind noch ne Weile unsichtbar. Oh. Hier ist wer frittiert worden. Das ist natürlich für uns gut. Für den nicht. Danke für das Schwert. Danke für den Apfel. Wir sortieren gerade mal um. Das tun wir weg. Komm. Ah. Komm, den kriegen wir. Was? Wir haben gewonnen? Wir haben gewonnen! Äh... Lalalalalalalala. Okay. Was war das gerade? Äh... Ja. Spielrund... Äh... Spielregeln für das... Ähm... Nikolaus-Gewinnspiel. Ein Gedicht schreiben. Die besten 10 Gedichte werde ich mir dann raussuchen und random eins davon aussuchen. Also... Es wird ausgelost random. Ihr solltet Abonnent sein und als... Äh... Ja. Ein schönes Gedicht schreiben. Weiches Gedicht? Ist egal. Für Labymod... Cape. Macht mir das Cape. Schickt mir das per Twitter oder im Forum oder hier per PN. PN kann sein, dass es untergeht, dass ich das ein bisschen später sehe. Auch da gilt... Äh... Ist die Frist bis... Ne... Advents... Ähm... Nikolaus bis Freitag. Das Labymod bis Sonntag würde ich sagen. Also bis zum dritten Advent. Und dann würde ich sagen... Viel Spaß dabei. Die Regeln schreibe ich nochmal unten rein. Viel Glück. Und bis zum nächsten Mal. Also morgen mit einem weiteren Spielmodus von gommahd.net. Tschü tschü!